Es ist Zeit für the next big thing und diesmal ist es nicht mal eine Lüge. Wir haben überlegt, was hat mehr Style als elektronische Zahnbürstenköpfe und Ohrenschützer gemeinsam. Ganz genau. The Taucherbrille. Die sieht dermaßen scheiße aus. Ja, dann streichen wir das. Dann, äh, es ist keine Taucherbrille. Wir sagen, ab jetzt sagt keiner mehr Taucherbrille, ja? Unsere Spatial Computing Plattform wird natürlich nicht mit einem normalen Ladekabel betrieben. Dafür haben wir den Apple Vision Pro Max Charger entwickelt. Glaubst du nicht, dass man sich da irgendwie verheddern kann? Hörst du mich bitte? Verbinde ganz einfach dein Magic Keyboard und dein Magic Trackpad und erlebe die Experience eines MacBooks, aber viel, viel teurer. Größer, meine ich. Viel größer. Und das Ganze bekommt ihr für 3.499 Dollar. Für eine Taucherbrille? Wenn du noch einmal das Wort Taucherbrille sagst. Taucherbrille. Security. 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 Security.